Ursula von der Leyen wird EU-Kommissionspräsidentin und AKK-Bundesverteidigungsministerin. Grund genug, sich heute mal wieder richtig aufzuregen. Gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV zum Thema Aktienlust regt sich auf. Ja, heute ist es mal wieder so weit, dass ich irgendwie meinem Ärger Luft verschaffen muss. Weil natürlich geht es mir ja auch um das Wohl unseres Landes, um Deutschland, um die Aktienkultur, um alles drumherum. Da geht es natürlich schon los, wenn die ersten US-Banken ihre Quartalsergebnisse vorlegen. JP Morgan Chase mit 10 Milliarden Dollar Quartalsgewinn. Nur mal zum Vergleich, die ganze Commerzbank hat einen Börsenwert von 8,5 Milliarden Euro. Ja, die Deutsche Bank von 14,7 Milliarden Euro. Ja, das waren früher Leuchttürme. Die Deutsche Bank gehörte mal zu den Top 5 Adressen der Welt. Ja, davon sind wir Lichtjahre entfernt. Ja, und das geht ja so weiter. Ich habe einfach das Gefühl wirklich, dass Deutschland und eigentlich ganz Europa, ja, im internationalen Ansehen immer weiter verliert. Jetzt Ursula von der Leyen, ja, neue EU-Kommissionspräsidentin, die stand noch nicht mal zur Wahl. Ja, als wir zur Urne gegangen sind, zur Wahlurne und haben gewählt, ja, da haben wir einen Herrn Weber aus Bayern gewählt. Ja, deswegen sind in Bayern auch die ganzen CSU-Anhänger da hingegangen. Und jetzt ist es Uschi geworden, ja. Ja, also man kann sich wirklich nur an die Birne fassen und den Kopf schütteln, auch wenn sie eine schöne Rede gehalten hat. Ja, sie hat ja alle gleichmäßig bedient mit tollen Visionen und die EU wird der erste klimaneutrale Kontinent der Welt. Ja, das ist ja auch schon wieder die Frage, klimaneutraler Kontinent, ja. Ja, wie Frankreich das große CO2-Vorbild aktuell. Ja, warum ist Frankreich das CO2-Vorbild? Weil sie Atomenergie hauptsächlich produzieren, um ihren Strombedarf zu decken, ja. Deutschland hingegen hat da Nachholbedarf. Warum? Weil wir uns die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, als in Japan der Reaktor in die Luft geflogen ist, ja. Warum? Ja, Japan, Erdbebengebiet, Tsunami-Gebiet. Ja, das ist eine schlimme Katastrophe und Atommüll ist ein Thema, was belastend ist, ja. Aber bei der ganzen Klimadebatte geht das unten durch, weil es ist ja CO2-neutral, ja. Über den Atommüll wird da nicht geredet. Frankreich, der Musterknabe in der EU in Sachen CO2, Deutschland muss da nachholen. Deswegen aktuell ja, wie gesagt, wir beziehen Atomstrom aus Frankreich, Kohlestrom aus Polen. Ja, weil wir ja die Kraftwerke abgeschaltet haben. Deswegen sind wir jetzt Umweltzünder, ja. Das muss man sich überhaupt mal reinziehen, ja. Und jetzt natürlich das ganze Brim-Bam-Borium drumherum, ja. Friday for Future, für das Klima, ja. Die Autos, wir begraben die Diesel-Technologie, ja. Obwohl bei der Erzeugung der Akkus von Elektroautos, ja. So viel Energie produziert, verbrannt wird, ja. So viel, ja auch Umweltsünden begangen werden, da können wir die Autos zehn Jahre mit Verbrennungsmotor fahren, ja. Aber da spielt alles keine Rolle bei dem Aktionismus. Und die, die sich am meisten darüber aufregen und die am meisten schimpfen, ja, wo sind die jetzt? Im Urlaub. Vielleicht auch ein Kreuzfahrtschiff, vielleicht mit einem Flieger nach Italien oder sonst was. Ja, darüber redet keiner. Die 14 größten Kreuzfahrtschiffe, die erzeugen so viel Dreck wie der gesamte europäische Autoverkehr im Jahr. Auch das, darüber redet keiner. Nein, immer nur Aktionismus, Aktionismus, Aktionismus. Und die Medien machen natürlich schon mit. Die sagen, die sind genau auf diesem Mainstream-Gedanken. Ja, wir sind da mit dem Klima, da müssen wir was tun. Ja, die Erderwärmung etc. Dabei, auch da, wird wieder völlig die falschen Fragen gestellt. Oder ist es, wird zu wenig gemacht. Also Deutschland hat einen Anteil an diesem ganzen Welt-CO2 von um die zwei Prozent. Ja, der größte Produzent ist China. Ja, man muss mit denen reden. Oder Indien. Oder eben den USA. Ja, natürlich. Man darf nicht die Augen verschließen. Man muss etwas tun. Ja, es ist ja auch richtig. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, dass wir vom Verbrennungsmotor irgendwann mal weggehen. Aber man muss auch immer die Kehrseite sehen. Man muss auch diese kritischen Fragen stellen. Und das passiert einfach nicht. Es wird einfach nur eindimensional gedacht, was diese Themen angeht. Und dann geht es eben auch um mehr, um Deutschland. Ja, als Industrienation, als Exportnation. Ja. Ja, wir brauchen bezahlbaren Strom, stabilen Strom. Ja, und wir haben schon die ersten Blackouts jetzt gehabt. Ja, das kommt nicht von ungefähr. Das kann sich Deutschland eigentlich überhaupt gar nicht leisten. Ja. Wir brauchen diesen Wohlstand auch übrigens, um das Thema Flüchtlinge anzugehen. Und da sind wir beim nächsten Thema. Wiederum Aktionismus pur. Sie haben das mitbekommen mit der Rakete vom Schiff, ja, die letztendlich die Flüchtlinge nach Italien gebracht hat. Der große Tamtam, weil die Italiener das Boot nicht in den Hafen einfahren lassen sollen. Natürlich aus humanistischer Sicht völlig unverständlich. Da geht es doch um Menschen. Da müssen wir doch ein Herz haben. Ja, natürlich, das sind Themen, da kann man gar nicht widersprechen. Natürlich geht es um Menschen. Und wir müssen für diese Menschen etwas tun. Da wird viel zu wenig getan. Aber vor Ort, ja, also jetzt diese Forderung und da widerspricht wiederum niemand. Ja, wir müssen auch alle Klimaflüchtlinge nach Europa holen. Ja, um wie viel geht es da eigentlich? Ja, Schätzungen zufolge wollen 250 Millionen Afrikaner den Kontinent verlassen und nach Europa. Ja, wo sollen die hin? Wo sollen die wohnen? Und wer soll die ausbilden? Wer soll die kulturell integrieren? Ja, und viele andere Fragen. Also der Fachkräftemangel, den wir haben, der wird dadurch nicht gedeckt. Ja, ich meine, Fachkräftemangel haben wir nach wie vor in der Regierung, wo eben die falschen Entscheidungen getroffen werden. AKK, welche Voraussetzung bringt sie eigentlich mit Verteidigungsministerin zu sein? Ja, das ist doch ein Hohn. Ja, warum nicht Jens Spahn als Nachfolger von unserem Bundesjogi Löw in der Fußballnationalmannschaft? Das passt doch nicht zusammen. Ja, und dann werden eben solche Entscheidungen getroffen und die Medien machen mit. Zurück zur Rakete. Ja, wo werden da die Fragen eben gestellt diesbezüglich? Nein, es geht auf diese humanistische Schiene. Es wird natürlich auf das Gemüt der Menschen gedrückt, auf das Mitleid. Damit man natürlich auch die Bereitwilligkeit entwickelt, auf dieser Flüchtlingsschiene zu bleiben. Und alle kritischen Fragen, die darf man nicht stellen. Ja, sonst ist man natürlich ganz, ganz schnell in der rechten Ecke. Ja, natürlich auch ich gehe mit diesem Video dieses Risiko ein. Rechtsradikale Sau. Ja, das ist aber nicht so. Ich mache mir einfach nur Sorgen. Ich stelle nur kritische Fragen. Ja, wir müssen helfen. Vor Ort. Milliarden nach Afrika. Aber da muss man auch dafür Sorge tragen, dass da was passiert. Dass da die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Ja. Wir müssen doch aufpassen, wer bei uns hier ins Land kommt. Wir brauchen Fachkräfte. Wir brauchen Leute, die hier arbeiten. Die in unsere Sozialsysteme einbezahlen. Die unseren Bedarf an Fachkräften decken. Ja, jeder ist hier herzlich willkommen, der sich an diesem System beteiligt. Ja, der hier wirklich unsere Kultur, unsere Gleichberechtigung, Freiheit, alles was uns ausmacht. Wer das sagt, jawohl, das ist das, wo ich leben will. Das ist mein Prinzip. Hier will ich dabei sein. Und dann müssen wir eben auch die Fragen stellen. Was ist mit Kriminellen? Ja, kommen Kriminelle ins Land? Ja, und wenn welche kriminell werden, was passiert damit? Ja, Sie sehen es, was da passiert. Auch durch die EU bedingt nämlich nichts. Ja, da reicht ein kleiner Minijob und schon sind Menschen nicht mehr abschiebbar. Ja, das ist die Wahrheit. Das ist die Realität. Und hier ist es einfach zu einfach gedacht, nur humanistisch zu sein. Ja, wir müssen humanistisch sein. Ja, wir müssen sehen, dass die Welt besser wird. Und das ist sie übrigens auch geworden in den letzten 50 Jahren. Auch ohne die Flüchtlingswelle. Den Menschen geht es insgesamt so gut wie nie zuvor. Ja, der Hunger ist mehr oder weniger ausgerottet. Es sei denn, es gibt Systemfehler, dass eben irgendwelche Länder mit Diktaturen die Bevölkerung unterdrücken. Aber wir leben erstmals in einer Epoche, in der theoretisch kein Mensch auf diesem Planet hungern möchte. Ja, natürlich passiert das noch eben aus den Systemfehlern. Daran müssen wir arbeiten. Ja, und das ist etwas, wo ich mich maßlos und tierisch drüber aufrege. Ja, in jeder Talkshow. Es wird jedem ein Podest geboten, wo er seine kruden Thesen zum Besten geben kann. Immer schön den Mainstream. Aber die kritischen stimmen, da holt man dann die Vollpfosten von der AfD, um das zu... Und damit man ja auch dokumentieren kann, dass die falsch liegen. Ja, und das ist etwas, was mich tierisch aufregt. Und das musste ich heute einfach mal loswerden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.